Dafür holen wir uns am besten noch mehr Freiraum. So, als nächstes Technologie weiter erforschen. So brauche ich wieder 4.2. Ja, euch könnte ich mal fischen lassen für bessere Verpflegung geben, dass ihr mir mehr Fisch bringt. Oh, ihr habt keine Steine mehr. Schade. Hm, wie sieht es mit dem anderen Kohlebergwerk aus, wo ich beide zu Geologen gemacht habe? Okay, immer, äh, wart ihr das? Geologe immer. Geologe immer. Na, gucken wir einfach mal. Geologie. Ein Geologe. Ah, zwei Geologen. Das Kohlebergwerk sollte ja jetzt wieder genug Kohle haben. Wie sieht es mit meinem Goldbergwerk eigentlich aus? Ja, das sieht okay aus. Gut. Jetzt habe ich übrigens Zugang zur Raumgritterburg. Wie könnt ihr den? 50 Gold liefern. Mhm. Ja, das heißt, ich habe hier auch noch viel zu tun. Wie viel würde das hier? 14 und 2, hm? Da ich ja wahrscheinlich mehr als genug Eisen habe und ein bisschen Gold. kann ich davon welche bauen und was Großes noch daneben. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. So, und kann die Kaserne ausbauen. Sehr schön. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Also, die Kaserne ausbaubar machen. Muss ja auch ausbauen. Und das ist ja, es fehlt hier halt wirklich an Weizen, deswegen ist es gut, dass ich hier noch mehr Weizenfarben errichte. Wir könnten auch noch zwei hin. Was ist das eigentlich nochmal, königliches Schlachthaus? Naja, ich mache aus Pferdwurst. Als ob, äh, Pferde nicht teurer sind als Schweine. So, hier drüben müssen wir hier als nächstes. Oh, hier hat, äh, Rovingel, ja, ihre Kasernen. Das heißt, wenn ich den Posten einnehme, ist ihre Versorgung eingerissen. Selbiges gilt für Dracorion hier drüben. Das hier braucht jede Menge. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Aber ja, stimmt, ich wollte ja hier auch noch. Steine abbauen. Und hier eine Jägerhütte errichten, äh, nee, hier eine Jägerhütte errichten, bitte. So. Das Eisen brauche ich nämlich nicht unbedingt, aber das Gold hier drüben hätte ich dann gerne. Was für ein Produktionsgüter? Ja, Wasser ist mehr als genug da. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ach, das Ding ist eigentlich kleiner, als ich es in Erinnerung kam. Dann stellen wir dich mal da auf. Kriegst auch noch ein Lagerhaus extra. Hier stellen wir auch ein Lagerhaus auf. Mit Brunnen. Und Schaf haben. Und Schaf haben. Das sieht so aus, als hätte Kontra den wieder auf die Nase bekommen. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, wie viel habe ich gesagt, brauche ich für das? Eine neue Spieler hat Zugang zu einem neuen Handelshausenposten. Talt dem Tum 14 und 2. Das dürfte eigentlich ganz gut klappen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. 14 und 2. Erstmal. Na, wenn man sich so ansieht, brauche ich den Handel eigentlich nachher nur noch. Um Geld zu machen. Ja, und um hier die Raubritterburg mit Gold zu beliefern. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Du brauchst Geistliche. Du brauchst auch Geistliche. Also ja, mit den Geistlichen haben wir noch mehr als genug zu tun. Oh, ist meine Kaserne auf Maximum? Ja, ist sie. Und ja, ich könnte jederzeit einen der Generäle anhören, weil, so wie es aussieht, tut das sonst keiner, aber ich will den General aus der Raubritterburg haben. Geistliche. 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 So, die Weizenproduktion läuft jetzt an. Das heißt, es müsste eigentlich auch genug Weizen jetzt für dich da hinten sein. Jo, Händler gilt errichtet. So, dann nutze ich mal Steine. Und damit habe ich alles freigeschaltet, was ich freischalten konnte. Ich würde jetzt theoretisch, ja, Bischofssitz bauen. Für meine Erhabenheit. Ah ja, ich könnte jetzt hier jederzeit beim fliegenden Händler eine Menge gegen Gold eintauschen. Ich könnte auch überschüssige Werkzeuge, die ich nicht mehr brauche, gegen Gold eintauschen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Habe ich eigentlich meine geistlichen, die ich jetzt brauche schon? Ja, habe ich. So, das heißt, Gold zur Händler gilt erliefern lassen. Hm. Ah, woops. So. Gut. Gut. Du kannst mir nicht sagen, dass da jetzt nicht langsam genug Weizen und Wasser drin ist. So. Kriegst halt noch einen Brunnen. Wunsch hinterdenken, Wohnhäuser zu abzubilden. Da kommt bei der Kohorte der Geistlichen. 4, 4 und 2 für den Sturmangriff. Nebenbei, ich sollte hier jetzt auch mal die Ausbesserung einleiten. Okay. Wunsch hinterdkasten, die es ein freundlicher scrolling.